hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von den morgen morgen habe ich noch nicht sehr in der tasche ja die würde man nicht anhalten obwohl ich glaube ich schon gar nicht mehr brauchen aber egal das kann man immer brauchen scheiße schere kaputt jetzt dann später ich habe keine jetzt hier ja ich habe aber noch irgendwo habe ich noch eisen aber mittlerweile haben wir ja einiges in den kisten an efeu das müsste theoretisch reichen für die mauer da zu ersetzen aber es geht ja nicht unter genau du kannst es immer noch für irgendwas anderes brauchen wobei ich auch schon überlegt habe diese mod noch einzumachen die du drin hast mit dem knochenmehl funktioniert das bei efeu auch weiß ich gar nicht allerdings nicht ganz so gut da musst du mehrmals drauf machen bis dann eins weiter wächst aber prinzipiell funktioniert okay wobei ich glaube im fall efeu würde ich gar nicht haben wollen also grundsätzlich finde ich diese mod nicht schlecht ja schon allein wegen blumen vermehren und vor allem oder seerosenblätter ja genau also genau seerosenblätter und kleine blumen das ist sehr nützlich denn ich verbau gern blumen und naja ja bei den großen ist es ja einfach da war ich mein knochenmehl brauchst du dann natürlich immer noch ja gut das soll ja soll ja gerne so sein ja aber wenn du es auf die normale art macht bei den kleinen blumen knochenbehl auf begrünte blöcke und hoffen dass die richtigen rauskommen da ist so genau da kannst du lange warten bisweilen genau und du musst zum teil auch in die richtigen biome gehen ja das auch noch ja genau deswegen finde das gar nicht so schlecht glaube es gibt auch da war doch irgendwas oder dass man manchen blumen tatsächlich gar nicht so kriegen kann mit knochenmehl oder dann auch das weiß ich nicht kannst du gar nicht sonst kriegen naja egal ich kann sie jetzt kriegen das ist auf jeden fall was was ich sehr nützlich finden wobei es am nützlichsten wirklich findet für die für die seerosenblätter du kannst in deiner version kannst du dir angeln wenn du glück hast beim angeln oder pech aus beim anderen wie man es will okay das ist bei mir aber bei mir ist das noch nicht der fall ich kann sie nirgends gar nicht kriegen die sind entweder im sumpf vorhanden oder nicht ja und deswegen bin ich spielt dieser mod echt am überlegen da hat es ist keine große mod ich mal kannst du ja eben einführen du musst ja nicht großartig nutzen aber wenn doch dann mal wenn es mal nötig ist dann hast du sie da und kannst das machen genau hier ist ein dschungelbaum gewachsen ja da steht es schon länger da ich bin in die pfütze gefallen die hier noch ist dafür müsste ich die tree chopper mod dafür haben wir ja eine spezielle achse hatte ich gebe dir mal meine sehr gut jetzt bist du weggelaufen ja achte sie ist hier ins wasser gefallen also wie komme ich hier wieder raus da hinten mit der bau ist auch den ganzen moment das ist doch wesentlich besser ach da ist ja okay die hätte ich nur gern wieder ja ja kein problem kann ich dir bei gelegenheit auch mal eine bauen aber das ist ja ein bisschen aufwändiger ja das hast du die achse meinst du ja gut es ist aber auch aufwendig so große bäume dann zu fällen mit normalen axt also der aufwand wird sich lohnen also wobei jetzt ich weiß was du da ein aufwand ja also übertrieben ist das nicht aber es ist halt wie die ganzen werkzeuge ist halt ein bisschen aufwand das ist zwar in ordnung beziehungsweise das ist sogar auch der reiz seiner bei der sache richtig einfach geschenkt kriegen dann diese guten werkzeuge ja gibt es sicherlich auch motz wo man das machen kann aber ja das ist dann auch langweilig genau da kann ich mich auch gleich noch mal an diesem baum hier an machen habe ich dir jetzt die verdammte zeppling geladet ja ach so schleim boah wie viel schleim haben wir denn hier wahnsinn das dürfte mittlerweile schon einiges sein ja es ist auch so so ich hatte holz gefällt wo sind das jetzt hin da ist es aber auch jede menge holz seine kiste gepackt von dem bürke ja alles was ich so gefällt habe wo denn da ist sandstein die kiste in in der schenke der kiste hatte ja eine hingestellt daneben der werkbank ja hier habe ich gesehen ich habe noch nicht das sieht gut aus so dass jetzt mal weiter spinnt ich könnte ja wieder meine bauhilfe nehmen aber nur wäre das alles für zimmer so ein mini zimmer schauen wir wieder bei dir was du kannst du machst ich muss eben warten bis die bäume gewachsen sind das hier einfach ein etwas luxuriöseres zimmer so eben noch ein paar bürken gepflanzt jetzt aber komme ich mal hinter da sind so viele monster angezeigt auf meiner auf meiner mini karte wo wo stecken die denn alle unter der herde die sind etwas ausgegraut dann sind die unter der herde ja also damit da muss ja ein hier in der schlucht da unten sein können ja einfache höhen sein ich habe glaube ich eine stelle da irgendwo ich habe schon mal gesucht und lücken gefüllt das glaube ich eine stelle wohl wirklich gerade so ein monster reinpasst und da stand schon mal eins drin sie habe ich auch nur gedacht die arme sau wo was fehlten da ach so die axt die stelle gegeben haben hier wieder zu da aus welchem material soll denn die treppe sein weiß ich nicht keine ahnung vielleicht auch böcke aber ich keine ahnung ja schon die kiste hier ist zu klein so hätten wir hier ein zimmer hier ein mini zimmer hier ein relativ großes zimmer und hier ein noch ein bisschen größeres zimmer wären vier stück richtig richtig ich habe jetzt nicht aufgepasst die macht sich ganz gut aus normalem birkenholz er aus normalem eichenholz ja das habe ich auch gedacht aber festgelegt habe ich mich da nicht das war aber auch mein gedanke und das hier geht auch mit dem mit dem kam hier das halten schmaler gang zwischen zimmern das passt doch ist doch in ordnung aber was ist das denn ne amigelin was was das eichenholz ist zu dunkel fichte ist besser das ist zu hell fichte ist besser ja könnte sogar ja dann passt besser zu denen obwohl das eichenbalken sind aber stimmt was dann besser zu den beiden ja so wie das jetzt hier ist sieht das dunkle holz beste aus als das hellere ja ja finde ich auch und das dunkle ist fichte kann ja gerne so sein ist ja nicht da oben fehlte noch die stufe ja ja auch stimmt da oben fehlt eine so wie macht man das könnte man auch wieder habe ich aber nicht mehr noch balken legen oder ja das ist wieder so eine sache jetzt bis eben der schmale treppe dann aber das kriegt man nämlich zum dach nicht abgeschlossen noch ist wieder nacht entweder zieht man hier eine zwischendecke dass man das dach von innen gar nicht mehr sieht oder die wände bleiben nach oben offen weil man kriegt es nicht abgeschlossen zum dach ja ja ich würde zwischendecke einziehen was ist das jetzt für ein holz hier eiche dann würde ich die decke auch aus eiche machen aber da kann man ja eichen die haste die dinge als stufen oder was stufen ja doch tatsächlich stufen wären denkbar ich hatte gerade schon die gedanken die balken die hier an der außenwand ja jetzt balken liegen die hier auf die innenwände auch zu legen und dann irgendwie noch die decke zu machen da fehlen mir aber schon wieder das holz haben wir hier noch spruce das ist natürlich nicht hoch ja doch ich denke das passt ja so und auch dass hier schon ziemlich hoch ist wenn man das vielleicht ein bisschen wir machen hier so ich kompletiere gerade das chaos in meinen taschen blöde einmal weg als eigene interessante frage kann man chaos noch kompletten also noch chaotischer machen eigentlich nicht entweder das chaos oder es kein chaos obwohl es gibt ja auch geregeltes chaos auf meinem schreibtisch zum beispiel das geht nicht ach so so tief ist das machen ja dachte ich jetzt mal ich meine was muss das finde ich finde ich so beendet ja ja dann mache ich das wieder weg ich hatte jetzt den gedanken hier oben noch wie ist ja außen auch ist so balken zu legen naja so und dann irgendwie decke aber ja weiß ich nicht eventuell so dass man die balken nur halb sieht so das wäre auf jeden fall sinnvoll ja weil sonst kriegt man glaube ich mit dem dach probleme aber das wäre doch denkbar so oder ach so arme und ich muss ja ich muss in die richtige ecke schauen und dann vielleicht vielleicht sogar aus dem hellen aus dem fichte fichte ist ja dunkler als auch gott wirke boah das ist immer so dunkel hier oben verdammt ja ja und ich habe auch leider nicht in allen ich habe so ein leisten chaos das ist unglaublich ich ziehe jetzt mal die balken fertig hier müsste ich um so setzen ich finde hier habe nur ein bisschen zu hoch also ich würde die den balken den du da machst den holzbalken den wirklich 1 tiefer setzen der ist angeglichen an der außenwand ach so stimmt ja richtig ja gut dann soll das so bleiben dann muss das eben so und dann muss aber das ja auch weg aber den dachboden willst du ja sowieso nicht nutzen richtig da müsste man nur verhindern dass da dringend export fällt mir gerade so ein wie ich oben um tun also und die decke hier sollte jetzt aus eiche sein oder aus irgendeinem anderen material ich sehe es ja jetzt nicht weil ich unten bin aber ich finde es ein bisschen dunkel du bist oben ja und weil ich nicht unten bin so hier oben ist sowieso gerade mega dunkel wo ich muss unbedingt meine fackeln mal auftauchen möchte ich sie wieder in allen leisten habe es wird schon wieder bald morgen recht auch so deswegen ist dazu düster hier und irgendwie fehlt mir jetzt die ganze zeit die axt in der in der leiste die ich dir gegeben haben ach so ja die kannst du wieder haben das irritiert mich total dass da was nichts ist an der stelle wo die hingehört ja das da sieht zum beispiel auch falsch aus das ist doch kacke ich glaube das sollte man mal an einer anderen stelle ausprobieren aus helleren das ist okay aber ich könnte mir vorstellen dass in heller schöner aussieht das ist noch besser aussieht ja ja okay dann hole ich mal birkenholz und dann probieren wir das einfach mal aus ja ich würde sagen das probieren wir morgen aus und schlafen ja machen wir morgen genau ich lege mich mal 6 ja ich kann mich da auch da oben mal hinlegen und ich muss mir noch eine ecke ich darf nicht weil monster in der nähe sind wo denn ach da hinten ein skelett ein knochenbringer komm her danke für die knochen und schnell wieder rein und gute nacht